So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry Primal. So, jetzt schauen wir mal, was wir da für Belohnungen haben. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas wieder mitnehmen können. Ansonsten schauen wir mal, ob wir irgendwas im Dorf aufwerten können. Um die Sammlerinnen aufzuwerten, glaube ich, brauche ich noch dreimal das Mammutfell. Ah, wir haben nix, okay, okay. So, das passt schon, damit können wir leben. So, meine Hütte können wir auch noch nicht. Dafür brauche ich noch drei Dachsfälle. Okay, passt. Ist jetzt da nicht wirklich von Bedeutung für mich. So, da, die wäre geil. Zwei Mammuthäute brauche ich da noch, okay, okay. So, da hinten haben wir die Jägerin. Jägerin. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich im letzten Part gemacht habe. Seltene hier schaue, da leckt mich doch ein Arsch. So, und da unten rechts ist der Handwerker, was ich jetzt nur so weiß. Von Gedächtnis her. Ja, du machst sehr, sehr schöne Musik, machst du. Sehr, sehr schön. Wahnsinn. So. Was haben wir hier? So, dafür brauchen wir Höhlenbärenfell. Okay. So, jetzt gehen wir noch auf zum Schamanen. Obwohl ich das eigentlich... Ja, ist eigentlich wurscht. Ich könnte auch schneller nachschauen, indem ich auf die Optionen einfach drücke. Aber ist ja wurscht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich im letzten Part gemacht habe. Und ihr habt es jetzt endlich mal kommentiert. Das finde ich sehr nett von euch. Besonders du, Max. Und Mr. Useless. Du hast mir geschrieben, ich hoffe, du tust dich so gut wie möglich. Und ich habe zurückgeschrieben, nicht so gut wie du. So, was haben wir da? Seltene Löwenfell brauche ich dafür, okay. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Was machen wir? Wir haben da eh noch einige Dinger ausstehend. So, das ist Mittel. Das ist auch Mittel. Nein, das ist schwer, oder? Ja, schwer. Das ist Mittel. Was haben wir da? Das ist auch Mittel. Das ist sehr schwer. Was ist er da? Er ist auch schwer. Okay, okay. Dann machen wir zuerst einmal ihm, würde ich sagen. So, spüre die Venja auf. Die von Stamm der Isilia gefangen wurden. Schwierigkeiten, Mittel, Belohnung, viele XP. Okay. Dann machen wir da eine Schnellreise hin und schauen wir mal, was der... Ja, wie wir die Leute da einfach rausholen aus dieser Hauptmission. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Und danach nehmen wir halt wieder irgendein Leuchtfeuer ein oder sonstigen Blödsinn halt. Ein Außenposten. So, wunderschön. Wo ist meine Katze? Ich habe eh noch die Katze, oder? Miau. Hey, grüß dich. Schon lange nicht mehr gespürt, gell? Und streicheln kann ich dir auch nicht. Das finde ich sehr gut. Na, will nicht. Keine Ahnung. Okay. Tun wir uns da jetzt halt nicht aufhalten lassen. Gehen wir da mal straight hin. Das ist 200 Meter weit weg. So, dann laufen wir mal. Und nimm dir den Speer. Aber laufen solltest trotzdem... Uh. Geht schon. Schnapp ihn dir. Oh, was war das? Von hinten, oder was? Ein guter Start in den Part. Wirklich. Sehr, sehr gut. Da kommt die Bestie von hinten und zerlegt mich gleich. Ja, gut. Das ist ja mein Glück. Das wisst ihr ja eh alle. So, nochmal. Vielleicht ist der Hirsch jetzt trotzdem noch da. Ich hoffe, der Säbelzahn-Tiger ist für den Arsch. Also, er ist im Arsch. Und wo der auch immer kommen ist. Ich habe ihn auch nicht auf der Karte jetzt gesehen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber ist ja wurscht. Alles ist cool. Guter Start, muss ich sagen. Wie gesagt. Guter Start. Wirklich, laiwern. Du kommst rein, Leute, und wirst gleich mal zerfleischt. Wirklich, laiwern. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was ist das da unten für ein Scheißzeichen eigentlich? Was ist das da da? Mittel. Beschütze die Wellen ja von den Angreifern. Aha. Das ist gleich da unten. Machen wir das gleich mal. Ahem. Achso, ich muss sie ja eskortieren wieder, oder was? Ja, warum nicht? So. Kann ich interagieren mit dir, ha? Nein? Wer ist denn da der Chef? Warum? Achso, ich muss sie nur beschützen vor den Angreifern. Okay, okay, ich verstehe. Was seid denn hier? Jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Einmal, zweimal. Haben wir da noch welche, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Auch nicht auf der Karte. Okay. Geht schon, Katze. Ich glaube in dir. Na komm, Katze. Ja, geht ja. Soll ich da rauf gehen? So, da hast du mal was zu messen. Raffee, Katze. Gehen wir mal da rauf. Schaden kann es ja nicht, oder? Ich beschütze die Venya. Na toll. Okay, da ist nix. Runter geht es wenigstens flott. Da hinten irgendwo. Ah, andere Seite diesmal, okay. Und schnapp sie dir, Katze. Katze! Katze! Damit kann man leben. Damit kann ich auch leben. Komm her da, du scheiß Bogenschütze. Und du noch. So, ich muss mal wieder reinkommen da anscheinend. Brave Katze. Ja, brave Katze. Komm. Komm, Katze. Ja, brave Katze. Ja, komm. Da ist gleich der nächste. Ja. 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 Und Wutz. Hahaha. Bleiband. Braves Tier. Braves Tier. So, das nehmen wir gleich mit. So, hast du was zu messen? So, ist es noch immer nicht vorbei? Kommen da noch immer welche? Die uns angreifen wollen? Ihr lockerflockigen Mausipären hier, ha? Ah, noch hinter mir. Geht, schau. Attacke. Nein, 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 nein. Du schießt nicht auf meine Katze. Du schießt nie auf meine Katze. Ist was? Alles cool. Warte, ich helfe da. Zack. So. Was ist da jetzt? Kann man da jetzt nochmal 50.000 oder reicht das auch irgendwann einmal? Ja, da steht noch immer beschütze die Venjas. Ah, da oben. Lass mich da vorbei. Katze. Katze. Ah, drei Dorfbewohnern dazu gekriegt. Sehr gut. So, und jetzt können wir endlich die Hauptmission machen. So, das nehme ich mit. Die Belohnungen sind jetzt auch wieder drinnen. Und ein Fähigkeitspunkt habe ich gekriegt. Hey Katze, warte mal kurz kurz. Oh, deine Augen. Habt ihr das gesehen, die Augen? Katze. Nein. Da. Mahlzeit. So, dann nehmen wir es einmal an. 1.000 XP kriege ich dafür. Spüre, die werden ja auf vom Stamm von Isilia gefangen wurden. Okay. Dann machen wir das auch. Wahrscheinlich brauche ich dafür diesen Blick. Ja, genau. So, dann folgen wir denen einmal. Gut, wo leitet der mich jetzt hin? Aha, da unten ist was zum Untersuchen. Den Südstein nehmen wir uns mit. Okay. Nimmst du das eigentlich alles da mit? Oder bist du damit voll? Oder da liegen nur viele Pfeile herum. Gut, wahrscheinlich da nach hinten. Ja. Und darauf. Okay. Dann nach links. Dann haben wir noch so einen. Ah, ein Ton ist das. Okay. Na, besser ist nichts. Dann haben wir da eine grüne Blüte. Ah, eine grüne. Ein grünes Blatt. So, da können wir nicht untersuchen. Dann seid ihr da unbekommen. Okay. Das nehmen wir uns auch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Ich glaube, diese Südsteine sind sehr wichtig. Und überhaupt Staub. Sehr gut. Da gibt es was zum Untersuchen. Okay. Dann nehme ich an. Da runter, oder? Ich nehme es einmal an. Ja, da hinten. Ja, da. Sieht man schon. Na gut. Dann gehen wir mal Vollgas da. Na, tauchen brauchst du nicht. Ich hoffe, dass wir die Mission schaffen. Auch wenn sie Mittel ist. Ich hoffe es. Oh, warum sind sie? Und, was machen die jetzt? So was nennt man Scheißgeburt. Ja, ja. Du Scheiß... Eigentlich Scheißfotze nennt man sowas. Scheißgrindiges Mädchen, oder? Ist er tot? Wahrscheinlich. Boah, ist das ein Hurenkind. Und ein Schier ist auch noch dazu. Huh, wenn ich dich sehe. Gut, jetzt müssen wir tauchen. Die reiße ich den Arsch auf. Na komm, gib Gas jetzt. Da da. Oder auf, ey? Ja, sehr gut. Und klettern. Sehr gut. So, sind wir schon drinnen in der Festung, oder was? Ah, da kann man sich raufhaken. Dann würf einmal. Wie eine kleine Spinne. Okay. Ganz ruhig. Und runter. Und batz. Sehr gut. Kopfschuss. Sehr gut. Ich konzentriere mich da jetzt. Da ist einer drinnen. Oder auch nicht. Sehr gut. Alles cool, alles cool. Noch ist alles cool. Alles ist leihwand. Da unten geht noch einer. Ja, eine Sniper wäre jetzt schon geil. Okay, er ist zwar nicht in den Kopf, aber er ist zumindest tot. Damit kann ich auch leben. So, sonst noch irgendwer da. Da hinten ist noch einer. Okay. Da wird man aber zu weit weg sein wahrscheinlich. Gehen wir ein bisschen weiter da nach vorne. Die Katze können wir auch vorher schicken. Ich glaube ich auch nicht so eine blöde Idee. Ah, scheiße. Ist eh klar. Der Wichser da rechts. So. Na dann gehen wir Katze. Was machen wir? Was machen wir? Warten oder greifen wir gleich frontal an? Was sagst du? Da. Is. Ja, genau. Kommt her da? Ja, genau. Gute Strategie. Uh, ein Böser, ein Großer. So, einmal um die ganze Welt. Pfeil und Bogen raus. Macht's den mit, Pfeil und Bogen. Wirklich, macht's den mit, Pfeil und Bogen. Na. Interagier bitte, bitte, bitte. Mit der Katze. Okay. So, der ist down. Sehr gut. So. Noch du. Fries was? Alles cool. Irgendwo von da hinten war er. Ich hab keine Ahnung. Da ist mal was. Ah, okay, gut, das war's. Okay, okay, okay. So. Dann sollen wir das wieder niederbrennen. Das haben wir ja schon einmal gehabt. Und zwar einmal da. Zack. Wo noch? Da haben wir gleich den... Ding auf, hey. Der hat das überlebt. Okay, passt. Okay, den Käfig da müssen wir auch anscheinend... Abfackeln da. Sonst noch irgendwas? Vielleicht auf der anderen Seite irgendwas. Ich glaub, das... Da tut komisch blinken. Das tut auch blinken. Okay, Moment. Da kommt noch einer. Also, irgendwer sieht mich da. Da. Schnapp ihn dir, Katze. Na ja, es funktioniert. So, und das da hinten wahrscheinlich auch. Na komm her. Was machst du da, hm? Ich steh direkt vor dir. Das war ein Kopfschuss. Na, mir ist eh wurscht. Das war auch ein Kopfschuss. Okay, passt. So, dann können wir aber mal ein bisschen looten da. Wir haben da genügend umbrachte jetzt da. Ja, das ändert er auch noch. Ein paar tun wir halt looten. Alle werde ich jetzt nicht looten da. Da werde ich ja deppert. Bestienkills, sehr gut. Töte die übrigen Isilas. Okay. Und by the way, sie heißen Isilas. Genau, ja. Das ist mir einmal nicht eingefallen. Da ist's. Ah, da hinten bist du. Schweinehund. Verlasse das Lager. Okay. Ja gut, viel haben wir jetzt noch nicht gemacht. So schwer war es jetzt auch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Ich habe keine Ahnung. So, das untersuchen wir auch. Kannst du da rauf gehen? Kannst du da rauf gehen? Daka, kannst du da rauf gehen? Daka kann rauf gehen. Nur spiel lasse mich nicht. Okay, passt schon. So, dann schießen wir jetzt einfach irgendwo hin. Zack. So. Dann machen wir mal neu da. Alles neu. Okay, da können wir auch herstellen. Nein, können wir nicht. Wir haben kein Fleisch mehr. Um Gottes Willen. Wir haben kein Fleisch mehr. Wie soll ich ihm dann die Katze rauf gehen? Wenn es wirklich so weit ist. Gibt es da irgendwo ein Ding? Wie heißt das? Irgendein geschissenes Lager oder sowas? Hartholz hat er mitgehabt. Wahnsinn. Toll. Was mache ich? Wer ist denn das da jetzt? Das sind meine? Ich kann die nicht attackieren. Okay. Wurscht. Wir müssen eh raus. Ist jetzt nur die Frage, wohin? Wahrscheinlich da runter oder rechts. Glaube ich, das ist der schnellste Weg. Wir stürmen wir ein. Wir fliegen. Wir haben kein Fleisch mehr mit. Wenn mir die Katze down geht, dann ist es scheiße. Okay, eine Katzin. Viel Spaß. Das ist gut, wenn du in mir. Wen-ja! Gah! 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 Wen-ja, gut du hast dich. Tja, moron. Du hast dich lachen, dich. Ich weiß, dass du nicht. Das war's für heute. Musik Die Batterie! Nicht mehr! Ich bin nicht mehr! Ich bin nicht mehr! Ich bin nicht mehr! hier Part Ende. Wahrscheinlich muss ich da runter tauchen. Darauf geht, dann kann ich nirgends. Okay. Gut, 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 gut. Wir machen jetzt mal hier Part Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich tue mir mein Bestes. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.